Ja, hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Robins Finanzwelt. Heute habe ich für euch ein Update zur Apple-Aktie für euch dabei. Wir schauen uns die Apple im neuen Jahr an, gehen auch auf den Chart gemeinsam ein und auf die aktuellsten News, was hier los ist. Es sind jetzt nicht wirklich positive News, das kann ich schon mal vorwegnehmen. Also bleibt mit dabei, wird mega spannend. Ja, bevor wir jetzt aber starten, würde ich mich natürlich mega freuen, wenn ihr jetzt gerne ein kostenloses Abo dalasst und auch gerne die Glocke aktivieren, um hier kein Video mehr zu verpassen. Würde mich mega freuen an dieser Stelle. Ja, dann starten wir jetzt direkt mit den News hier zu Apple. Was ist hier los? Denn jetzt kommt so ein bisschen die nächste negative Nachricht aus der Produktion. Der erste Handelstag ist hier vorbei und schon hat man wieder negative Nachrichten hier rund um Apple. Ja, und hier geht es jetzt um die iPhones und Co. Hier hat man wohl laut einem Bericht zufolge, hat Apple einige der Zulieferer angewiesen, im ersten Quartal weniger Komponenten für die MacBooks, AirPods und Apple Watches herzustellen. Vermutlich rechnet man hier mit einer weniger starken Nachfrage, also das könnte der Hintergrund sein. Und seitens eines unbekannten Zulieferers sind aber abseits des iPhones fast alle Produktlinien gleichermaßen betroffen. Ja, und während sich die Produktion der iPhones im chinesischen Seng Tzu wieder auf 90% befindet, sorgt nun eben die nächste Hiobsbotschaft für vielleicht eine leichte Besorgnis, zumindest kurzfristig. Und auch die Apple-Aktie hat hier reagiert mit einem Minus, das schauen wir uns gleich an. Aber, und das muss man auch ganz, ganz klar sagen und das mal vorwegzunehmen, Apple ist hier operativ und auch finanziell sehr, sehr stark gerüstet, um auch die aktuellen Mietrigkeiten und auch einige schwächere Quartale, die vielleicht kommen könnten. Wir wissen es nicht, das ist jetzt auch wieder so ein bisschen die Glaskugel, aber sie werden das locker überstehen. Sie haben genügend Cashreserven, sie haben allgemein ein sehr, sehr fundamentales Unternehmen und das Fundament stimmt, sie haben einen riesen Burggraben. Ich glaube, da brauchen wir nicht so drüber diskutieren. Es ist halt jetzt immer so die Frage, wie schaut es kurzzeitig aus? Das wird ein kurzzeitiges Thema sein, kann sich auf den Aktienkurs widerspiegeln. Ich bin mal gespannt. Wir schauen uns jetzt schon mal an, was die Aktie hier gemacht hat und schreibt mir vorher schon mal gerne in die Kommentare, ob ihr Apple in eurem Langfrist-Depot habt. Und wenn wir uns jetzt hier mal die Aktie anschauen, wir stehen bei 118,28 Euro, haben jetzt wirklich keinen guten Jahresauftakt gehabt, heute auch wieder Minus von 4,51 Prozent. Damit ist aktuell Jahrestief auch ausgebildet. Es hat sich hier noch kein Boden gefunden. Wir sehen den richtig starken Abwärtstrend, der fing eigentlich wirklich an beim Jahreshoch. Bei 173 Euro ging es peu a peu abwärts, immer mal so wieder kleine Zwischenphasen, aber grundsätzlich ist der Abwärtstrend, wenn wir hier uns die Linie ziehen, voll intakt. Es ist auch momentan noch keine Gegenbewegung zu sehen. Der nächstgelegende Widerstand hier oben wäre die 50-Tage-Linie, dann die 200-Tage-Linie. Aber wie gesagt, jetzt muss man erst mal schauen, wo sich hier der nächste Boden bildet. Bisher scheint das Ganze noch nicht passiert zu sein. Schreibt mir, wie gesagt, unten in die Kommentare, was ihr dazu denkt, ob ihr sie vielleicht langfristig gerade jetzt aufbaut, die Aktie, und was ihr für die Zukunft denkt. Ich bleibe für euch weiter dabei, werde euch immer mit den neuesten News hier füttern und wie gesagt, bleibe auch bei allen weiteren Aktien mit an Bord. Ja, und wenn euch mein Video unten im Kanal jetzt gefallen hat, dann lasst doch an dieser Stelle gerne ein kostenloses Abo da, aktiviert noch schnell die Glocke, um hier kein Video mehr zu verpassen. Würde mich mega freuen an dieser Stelle. Und das war es von meiner Seite. Ich wünsche allen einen schönen Tag, freue mich aufs nächste Video und bis zum nächsten Mal. Ciao!